Guten Tag, herzlich willkommen zur Übungsstunde. Jetzt wird Deutsch gesprochen. Aisha hat ein Haus gekauft. Das Haus ist in Amerika. Luis fragt sie. Entspanne dich und höre zu. Aisha, du hast ein Haus gekauft. Toll! Ja, Luis, ich habe ein Haus gekauft. Wo ist das Haus? Das Haus ist in Florida. Ist das Haus in einem Dorf oder in einer Stadt? Das Haus ist in einer kleinen Stadt. Wie groß ist dein Haus? Mein Haus ist klein. Es hat zwei Zimmer, eine Küche, ein Wohnzimmer und ein Bad. Ist dein Haus neu? Nein, mein Haus ist alt. Hast das Haus eine Garage? Nein, das Haus hat keine Garage. Hast du einen Balkon? Nein, ich habe keinen Balkon. Hast du einen Garten? Ja, ich habe einen sehr großen Garten. War dein Haus teuer? Nein, mein Haus war nicht teuer. Ich habe nicht viel Geld. Wohnst du gerne dort? Ja, die Kinder lieben den Garten. Der Strand ist 40 Minuten entfernt. Magst du Florida? Ich liebe Florida. Das war ein Dialog. Du möchtest noch mehr üben? Weitere Podcasts und Videos findest du auf www.barbelia.us www.barbelia.us Bis zum nächsten Mal. Tschüss.